Hallo, Wunder der gegenwärtigen Gegenwart. Eine spirituelle Wurzelbehandlung wird nicht von einem Ich durchgeführt, sondern es ist eher so, dass das Ich die Wurzel aller Probleme ist, das Wurzel-Ich. Und wenn diese Wurzel behandelt wird und entfernt wird und kein Ich mehr da ist, wie ist es dann, wie immer, Ohne ich, heute gibt's mich nicht, heute ist nur Freiheit da, keiner der sie haben braucht, keiner der sie erlangen muss, keiner der was suchen braucht, Tja, wie auch immer, keinen Schimmer.